Das wird meine neue Schule. Ich bin gespannt auf meine Mitbewohnerin. Zimmer 305, da bin ich. Wer wagt es, meine Tür zu öffnen? Du musst meine Mitbewohnerin sein. Schön, dich kennenzulernen. Keine Umarmungen. Hände schütteln? Warum nicht? Was? Was machst du? Bitte nicht die Haare. Ah, nimm das von mir sofort. Bleib auf deiner Seite. Ah, humorlos. Gut gemacht, Schätzchen. Sieht gut aus. Aber ich brauche mehr. Ich hab's. Diese Seite braucht eine neue Farbe. Ich fange direkt an. Und? Fertig. Hey, Vorsicht. Autsch. Tolle Idee. Puppet-Dekoration. So bunt. Ich liebe es. Puppet. Perfekt gegen Stress und tolle Deko. Das ist perfekt. Was ist das für ein Lärm? Grace. Schon wieder? Wie kann sie es wagen? Hör auf mit diesem schrecklichen Lärm. Oh, ist das dir ernst? Warte, ich hab ne Idee. Das dämmt die Lautstärke für diese empfindlichen Gören. Es muss natürlich schwarz sein. Ähm, funktioniert das? Natürlich, ich hab es gemacht. Oh, jetzt kann ich spielen. Egal, es sieht trotzdem schön aus. Oh, wo ist die Hand? Hier drüben. Oh, Händchen. Zeit zum... Oh, dieses Kissen. Und dieses Bett. Sind zu weich. Wenn du es richtig haben willst, musst du es eben selbst machen. Ich baue mein eigenes Bett. Ein Kinderspiel. Perfekte Größe. Zeit für die Klebepistole. Privatsphäre ist wichtig. Schwarzer Sarg, so klassisch. Und mein Netzlaken. Oh, endlich. Sie war so jung. Das ist nur mein Bett. Oh, Bett. Gemütliches und bequemes Bett. So süß. Aber etwas fehlt noch. Ich weiß. Hm? Ring und Tür? Ich weiß, was ich damit machen kann. Fertig. Ich bin so clever. Perfekt. Wo kann... Oh, hier. Und es hängt. Fertig. Gute Nacht. Träum süß, Grace. Ich werde ihr einen Streich spielen. mit dieser Feder. Showtime. Das Kitzel. Oh nein. Ich muss kratzen. Nicht schon wieder. Mein Bett. Ups. Zum Glück habe ich meinen Flamingo. Der ist zwar für den Pool, aber er ist süß. Na toll. Gute Nacht. Ich gehe wieder schlafen. Flamingos sind so gemütlich. Gute Nacht. Was? Verräter. Wo soll ich meine ganzen Klamotten verstauen? Das brauche ich nicht. Danke. Das kann ich benutzen. Und es bemalen. Ich muss es nur noch zusammenbauen. Aber es ist unvollständig. Es ist hier. Irgendwo. Höschen? Ups. Ich frage mich, was Meg macht. Oh, was ist das? Moment mal. Das kann ich gebrauchen. Pink ist das neue Schwarz. Jetzt ist es meins. Voller Farben. Und organisiert. Wie aufregend. Ein Ersatzkleid ist völlig ausreichend. Aber wo soll ich es verstauen? Oh, da bist du ja. Ich habe eine Idee. Ich bin so schlau. I'll dance, dance, dance with my bones. Oh, das hat gefehlt. Jetzt kann ich dich sehen. Besser als in der Kiste. Mein Lieblingsoutfit. Zu deinen Diensten. Da fehlt noch was. Oh, ich weiß schon. Komplettes Outfit, hm? Wie sehe ich aus? Perfekt. Meine andere Perücke. Was zum? Nachtschicht. Yay. Es ist dunkel. Wir brauchen eine Lampe. Wo ist sie? Oh, ich habe sie. Ich muss sie etwas aufpeppen. Ich habe jede Menge davon. Nachtschicht. Tja, machen wir eine gruselige Lampe. Ich brauche dich, Spinnchen. Das war's. Großartig. Ich hasse Dunkelheit. Hoppla, nichts passiert. Das sieht so einfach aus. Und ich habe alle Materialien dafür. Los geht's. Aber auf meine eigene Art. Bereit? Basteln ist toll, weil du es individuell gestalten kannst. Pistole? Bereit. Schön auftragen. Hübsche Waffe. Und nun hänge ich sie alle an die Wand. Wow. Oh, ist das nicht großartig? Süß und lecker. Schau dir meine an. Ich habe meine ganz eigene Deko. Die werden toll aussehen. Ich hänge sie alle auf. Gruselig. Fertig. Willst du sehen, was drin ist? Wirklich? Nein, 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 nein. Auch lecker. Zum Glück sind das meine Süßigkeiten. Ja, genau. Willst du einen? Nein, danke. Mehr Farbe. Ich bin fast fertig. Ein Meisterwerk. Dein Ernst? Was meinst du dazu? Narzissmus. Es ist unglaublich. Die Natur ruft. Fass meine Sachen nicht an. Ziel erfasst. Ich muss üben. Das reicht. Dieses Zimmer ist offiziell geteilt. Bleib drüben. Mir doch egal. Aber, aber, was ist mit mir? Das gilt auch für dich. Aber. Ich kann meine eigene Musik spielen. So laut. Mach das aus. Wie du willst. Das gilt auch für dich. Oh nein. Okay. Ausknopp. Händchen. Ich habe gehört, du magst Handcreme. Handcreme. Warum braucht er so lange? Händchen. Sie ist nett. Schau mal. Hallo. Schau mal. Ich bin so stolz. Zeit für einen neuen Look. Kein Pinsel. Ich brauche extreme Maßnahmen. Das wirst du bereuen. Was machst du denn da? Was hast du gemacht? Das reicht. Ich glaube, ich gehe besser. Ich ziehe aus. Endlich. Genieß deine Einsamkeit. Und Flamingo kommt mit mir. Komm schon, Flamingo. Lassen wir sie alleine. Warum fühle ich mich schuldig und traurig? Das sieht so leer aus. Stimmt's, Händchen? Ich habe eine Idee. Das ganze Zimmer für mich. Fühlt sich so gut an. Aber es ist zu groß. Es ist zu bunt. Nein. Grace' kleiner Sarg. Tolle Idee für ein Bonbonglas. Ich vermisse sie. Grace? Ich wusste das auch. Hi. Das ist für dich. Danke. Eine Nachricht? Komm zurück. Ich werde zurückgehen. Komm schon, Händchen. Ja, das hat geklappt. Wer war das? Ich habe dein Geschenk bekommen. Nein. Ich habe das bekommen. Ich vermisse dich. Verstehe. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Nein. Willkommen zurück. Fertig. Wie findest du es? Gefällt es dir? Das ist toll. Aber wo soll ich das aufhängen? Ich weiß schon. Bogenschießen ist unsere Lösung. Ich liebe es. Ich liebe es. Tschüss. Tschüss. Ich bin froh, wieder zu sein. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.